Wie finde ich eine Transaktion in SAP? Hierzu kann man über die Tabellensuche gehen. Die Tabellen erreicht man mit SE16. Und dann sucht man nach der Tabelle TSTC. In dieser Tabelle sind die Transaktionscodes hinterlegt. Hier oben sieht man T-Code. Hier kann ich den Transaktionscode eingeben. Beziehungsweise, wenn ich ihn nicht vollständig weiß, kann ich hier mit Sternchen einen Platzhalter eingeben. Und mir dann alle Transaktionen anzeigen lassen, die mit BP in diesem Fall anfangen. Zum Beispiel BP0, Geschäftspartner Einstieg. Und wenn ich mir den dann in der Tabelle anzeigen lasse, sehe ich auch hier nochmal BP0 ist der Transaktionscode für den Geschäftspartner Einstieg. Sobald ich das weiß, kann ich diesen Code natürlich hier oben eingeben. BP0 und erhalte den Geschäftspartner Einstieg. 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 BP0 und erhalte den Geschäftspartner Einstieg.